Musik Es freut mich besonders, dass wir hier beim Faustmann Möbelmanufaktur ein Sonnenkraftwerk mit einer Größe von 1,3 Megawatt haben errichten können. Das Besondere ist, dass der Strom direkt auch vor Ort verbraucht wird. Dieses Beispiel hier der Firma Faustmann in St. Johann ist eines der besten österreichweit. Und ich kann dem Herrn Faustmann nur gratulieren, nicht nur zum Unternehmen selbst, sondern auch zu dieser gigantischen Energieinvestition. Direkt genutzte Energie der Sonne, sieben Meter unter dem Dach bei den Maschinen, besser geht es gar nicht. Ich freue mich schon, dass das alles so funktioniert und es schaut vor oben super aus. Ich habe es heute das erste Mal gesehen, erst vor oben. Und Strom werden wir immer brauchen, denn das ist für uns lebenswichtig. Man sagt ja gerne, der Neid ist nach der Sonne der zweitgrößte Energiespender. Und insofern hoffe ich, dass diesem großartigen Projekt hier bei der Firma Faustmann, umgesetzt von Herrn Dr. Schall, viele Nachahmer gibt, die neidvoll hier dieses Projekt anschauen und dann nachahmen und auch umsetzen. Denn wir brauchen dringendst Photovoltaikflächen in der Steiermark in Österreich, um die Energieziele letztlich einzuhalten. Und hauptsächlich, um unserer nächsten Generation keine Hypotheken zu hinterlassen. Unternehmens Faustmann hier öffnen können. Mit dem Strom, der hier vor Ort erzeugt wird, könnten zum Beispiel 400 Haushalte ein Jahr lang mit sauberer Energie versorgt werden. Zusätzlich wird der Umwelt CO2 im Ausmaß von 260 Tonnen pro Jahr erspart. Wenn man das vergleicht mit Bäumen, müsste man 24.000 Bäume pflanzen, die als CO2-Speicher dienen. Wir als Mein Kraftwerk unterstützen Unternehmen, ihre Klimaschutzziele zu erreichen, indem wir Sonnenkraftwerke auf Dachflächen errichten, finanzieren und diese auch betreiben. Ja, ich habe schon immer gewohlen, aber ich habe eine neue Aule gebaut und eine Investition, eine große gehabt. Und dann ist mir das eigentlich immer zu teuer geworden. Und der Herr Dr. Schaul ist zu mir gekommen und dann haben wir eine gute Lösung gefunden und das hat passt für mich. Der Eigentümer hat keine Kosten und kein Risiko, kann aber alle Vorteile der Photovoltaik nutzen. Und so soll es auch in Zukunft noch viele Projekte in der Steiermark geben. Ich bin stolz, dass wir jetzt wirklich nachhaltig sind und dass wir die Energie von der Sonne nutzen.